Hallo ihrs! Ich glaube, das war keine gute Idee, sowas wie Eurotruck zu nehmen, um mit euch ein bisschen zu quatschen. Moment, ich muss mal kurz in die 1. So, und dann... Auf 15... Hä? Warte mal. Transportieren sie nun die Fracht zu den Depots aus auf ihrer Nervationskarte? Was soll ich tun? Leute, ich check dieses System nicht hier. Okay. Wir werden jetzt sowas von... Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt blinken kann. Was zur Hölle soll ich hier machen? Oh mein Gott, da kommt ein Auto. Das wird... Oh mein Gott. Oh Gott, wenn ich so in echt fahren würde. Alter Schwede. Ich will meinen Führerschein schon seit Ewigkeiten los. Wie viel fahre ich denn? Wo muss ich denn überhaupt hin? Wartet mal. Sagst du mir mal, wo ich lang muss? Hallo? Oh mein Gott. War ich überhaupt richtig? Naja, Leute. Was für eine stürmische Begrüßung hier. Oh man. Ich dachte mir nämlich, ich rede ein wenig mit euch. Denn, wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein sollte... Oh man. Ist es rot? Ist es rot? Ist es rot? Ist es rot? Ist es... Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Moment mal. Muss ich... Ich glaube, ich muss hier... Muss ich... Wo muss ich denn hin? Ich glaube, nach München. Wie kann ich denn... Okay, Moment. Nein, ich muss nach Frankfurt. Oh, verdammt. Ich muss da wieder... Ich muss hier irgendwie rauf. Moment. Ähm... Das war ja jetzt mal gekonnt. Nicht gekonnt. Okay, aber... Äh... Frankfurt, wir kommen hier noch irgendwie hin. Ah, ah. Ah, okay. Okay. Wie soll ich denn hier hochkommen, bitte? Oh mein Gott. Die Straße ist viel zu eng für mich. Oh mein Gott. So. Okay, wir kriegen das hin. Einmal... Oh. Ich kann ja gar nicht so weit nach hinten gucken. Wie ist denn das hier mit dem Schulterblick? Ah, das kriege ich gar nicht hin. Oh. So. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt auf die Autobahn geschafft. Dann können wir ja ein bisschen schneller fahren. Ich weiß weder, wie man hier blinken kann. Warte, Frankfurt? Da muss ich ja schon wieder abbiegen hier. Oh. So. Und zwar. Jetzt mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Oh Gott, ich habe hier ein bisschen Angst. So, Frankfurt. E. Oh. Und dann müssen wir hier hin, glaube ich. Leute, wir kriegen es noch gebacken. Wir kriegen es noch gebacken. Oh Gott, schon wieder sowas Enges. Oh. Okay. Okay. Los. 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 Oh, man. Was für eine Macherei. Ähm. Ja. Und zwar. Ich weiß gar nicht, was hatte ich schon erzählt. Äh, ja. Es kam ja jetzt seit fünf Tagen oder so. Oh. Kein Video. Das liegt daran, dass ich extrem frustriert bin. Ich fahre jetzt einfach auf beide Spuren. Das ist mir vollkommen egal. So. Denn. Jetzt kommt wieder das Wörtchen. Denn. Okay. Auf geht's nach Frankfurt. Ich habe ja True Fear aufgenommen. Part 7, 8, 9. Sieben musste ich kurzzeitig unterbrechen. Was heißt kurzzeitig? Das geht nur jetzt zehn Minuten lang, weil ich unerwartet Besuch bekommen habe. Und ursprünglich wollte ich ja Part, oder was heißt Part 8, ursprünglich wollte ich dann noch was ansetzen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee komm, machst du komplett neu, einen neuen Part. Das ist doch vollkommen egal. Ne. Dann ist halt ein Video mal zehn Minuten lang. Und, ähm, ja. Dann habe ich Part 8 aufgenommen, als ich dann wieder da gewesen bin. Und, ja. Da gab es dann eine Cutscene. Und, das Spiel ist vollkommen, oh, 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 das Spiel ist vollkommen abgestürzt. Aber richtig. Ne. Und, ich konnte die Aufnahme aber, oh Mann, warum, was machst du denn da, Kumpel? Ich konnte die Aufnahme aber retten, eigentlich. Und, ja. Ich kann nicht fahren und reden. Oh mein Gott. Ich werde kein LKW-Fahrer. Niemals. So. Naja. Jedenfalls habe ich dann Part 8 aufgenommen, um zu schauen, ob das Video überhaupt funktioniert. Und es funktionierte dann auch. Also, ich konnte dann Gott sei Dank weiterspielen. Nicht, dass das irgendwie so ein Bug gewesen wäre. Und, ja. Das war es mit True 4. Naja. Auf jeden Fall habe ich das dann aufgenommen und, nee, gar nicht wahr. Oh, Leute. Ich lüge. Es kam eine Cutscene in Part 8. So. Ich bin schon ganz confused hier. Wahrscheinlich. Oder habe ich das sogar erzählt? Ach, ist ja auch egal, Leute. Ich muss hier fahren. Da kann ich nicht sprechen. Oder ich muss gleich schon wieder abbiegen. Und während ich Part 8 aufgenommen habe, ist halt die Cutscene... Kumpel! Was sollte das? Hä? Hä? Huh? Huh? Nur weil das ständig gebremst hat, dieses kleine Miststück. Oh, ich... Sorry, Leute. Ich hasse das Auto zu fahren. Beziehungsweise, dann werde ich immer voll zum Tier. Das passiert mir auch hier. Und rein kann ich auch. Na ja, jedenfalls ist mir dann die Aufnahme abgeschmiert. Konnte aber die Aufnahme noch retten. Also, ich konnte alles noch retten. Gott sei Dank. Oder auch nicht. Weil ihr erfahrt gleich, wieso oder auch nicht. Ja. Dann habe ich Part 9 aufgenommen, um zu schauen, ob das funktionierte, das Video. Was ich halt eben schon erzählt habe. Und es funktionierte auch. Ja. Also, alles war kein Thema. Ich habe 7, 8, 9 dann gerendert. Dachte mir so, jo, hast schon mal 3 Parts. Ist ja alles super. Ja. Und jetzt kommt es. Part 8 wird nicht gerendert. Ich verstehe nicht, wieso, ob die Aufnahme vielleicht doch fehlerhaft ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es bestimmt jetzt 5, 6, 7 Mal. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich es jetzt schon versucht habe. Ähm. Ja. Ich habe versucht, oh Gott, versucht, versucht, ja, ja. Ähm. Dieses, oh, ich komme nicht vorwärts. Dieses Video zu rendern. Und es klappt einfach nicht. Äh. Ich kann andere Videos rendern. Das ist überhaupt kein Problem. Selbst wenn die zusammen in der Spalte da sind, ne. Ich weiß nicht, ob ihr das Renderprogramm kennt. Da kann man ja mehrere Videos nebeneinander rendern. Nachher. Und alle anderen Videos werden normal gerendert. Nur dieses eine Video nicht. Also Part 8. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass die Aufnahme vielleicht doch nicht, ähm, richtig gespeichert wurde. Ob die vielleicht nicht doch irgendwie fehlerhaft ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay. Äh. Äh. Ich habe schon wieder was mitgenommen. Oh Gott. So. Kommt da was? Achso, da kann ich gar nicht lang. Äh, da kommt keiner, meine ich. Doch, natürlich kann da jemand kommen. Oh Gott. Sollte ich dir erzählen, dass ich einen Führerschein habe? Ich glaube mal wohl nicht, oder? Und... Oh, ich fahre zu viel. Ich darf... Ich... Ach nee, gar nicht wahr. Ich darf ja... Oh mein Gott. Leute. Ich bin hier ganz confused. Hallo. Tut tut. Und ja, jedenfalls... Oh, ich habe so oft jetzt das Wort jedenfalls hier verwendet. Ihr müsst mal zählen. Sagt mir dann mal am Ende, wie oft ich das gesagt habe. Jetzt weiß ich halt nicht... Oh Mann. Oh Mann. Oh, gerade noch so gut gegangen. Jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Weil Part 8 kriege ich nicht gerendert. Und jetzt überlege ich halt, ob ich Part 8 überspringe und dann Part 9... Hochlade. Ich meine, im 8. Part ist jetzt Gott sei Dank nicht so viel passiert. Und ich glaube, ich muss schlafen. Guckt mir da oben meine Anzeige. Die wird so blau. Und ich komme hier nicht vorwärts. Nun, gib doch mal Kette, Kumpel. Und dann halt Part 9 hochlade. Und ich weiß auch nicht. Oh Leute, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin richtig frustriert. Und deswegen hatte ich auch momentan, oder was heißt momentan, hatte ich in der letzten Zeit überhaupt keine Lust, irgendwas aufzunehmen. Weil ich halt Part 8 nicht gerendert bekomme. Es ist so unfair. Und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ob das halt wirklich so fehlerhaft ist, dass ich diesen Part gar nicht hochladen kann. Beziehungsweise gar nicht rendern kann. Naja. Genug darüber gejammert. Ui. Und ja, über was können wir denn noch so Schönes reden? Wenn wir hier jetzt noch so schön am Fahren sind. Aber ich sehe gerade, ich glaube, ich sterbe hier gleich. Weil ich bin erschöpft. Und Moment mal, kann ich eine Karte aufmachen? Aber wir vielleicht kriegen wir das noch hin. Frankfurt ist ja gar nicht mehr so weit. So, und ja. Hm, über was können wir denn noch so Schönes reden? Warum bremst du denn? Hallo? Geht's noch? Oh ja, sicher. Steig aus und schieb, Kumpel. Seht ihr jetzt? Oh mein Gott. Kumpel! Oh, jetzt bremst du ja auch. Oh mein Gott, ey. Du bist so ein Sonntagsfahrer. Oh, ich fahre zu viel. Uh, uh, uh. Uh. Oh mein Gott. Das ist kein Spiel für mich, Leute. Das ist kein Spiel für mich. Oh ja. Ey, du fährst nicht rückwärts, Kumpel. Ey, wir fahren, wir fahren 30. Mann, ey. So. Ja, hallo. Ey, die Kurve ist noch 10 Kilometer entfernt. Ach so, 50. Okay. Glück gehabt. Oh mein Gott. Ja, und, ähm. Uh. Über was könnte man noch so... Nein, warum bleibst du denn stehen? Spinnst du? Hallo? Ey, was ist denn da gewesen? Also irgendwie spinne ich ja ein bisschen. Kann das sein? Bleib da einfach so stehen. Ist da ein Eichhörnchen langgelaufen oder was? Mann. Jetzt bremst. Ach so. Ey, die Ampel ist wieder 10.000 Jahre entfernt, ja? So, wartet mal. Wo muss ich denn hin? Zentrum. Ich weiß nicht, wie ich blinken kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich blinken kann. Wahrscheinlich kriege ich jetzt überhaupt kein Geld mehr, weil ich so viele Schäden gebaut habe. Oh, wie soll ich denn da jetzt? Okay, ich muss aber nach links. Links, 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 links. Links. Alter, geht's noch? Ey, ich komme immer mit meinen dicken Hintern nicht so schnell um die Kurve. Mann. Ey, ich habe hier Kartoffeln an Bord. Uh. Okay, Moment, wir sind gleich da. Leute, wir sind gleich da. Oh, yeah. Äh. Äh, wo muss ich denn hin? Muss ich da rein? Das sieht so aus, ne? Oder muss ich da hinten hin? Das könnte es auch sein. Aha. Aha. Ich vermute mal. Oh, yeah. Um die Frage abzuliefern, müssen sie sich im Depot zur hervorgehenden Box begeben. Jo, kriegen wir hin. So. Versuchen sie ihren Anhänger so exakt wie möglich in der... Ja, klar! Wie soll das denn jetzt wieder gehen? Okay, dann machen wir das in der Perspektive... Oh. Ich habe meinen Anhänger verloren. Das macht ja gar nichts. So, dann kann ich mich nämlich ein bisschen positionieren. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. So. Naja, ähm, ich wollte es ja erstmal, wie gesagt, hauptsächlich erzählen. Äh. Äh. Dass das halt jetzt gerade nicht so mit Rufe 4 funktioniert. Und ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß. Nein! Nein, 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 nein. Nein. Komm, vorwärts. Vorwärts. Oh, Gott, ich küss hier alles. Ey, wie soll ich denn das machen? Das geht doch überhaupt nicht. Komm, wir fahren wieder. So. Wir fahren jetzt einfach eine Riesenrunde. Eine Riesenrunde. So. 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 Okay. Und das wäre doch jetzt gelacht, wenn wir das nicht... Oh, ich habe schon wieder meinen Anhänger verloren. Also das dürfte echt keiner zählen hier, oder? So. Wie gut, dass ich nur so ein Mini-Auto fahre. Ich sollte so etwas Großes nicht fahren. So. Okay. Okay. Und. Nein, nein, nein. Ich muss ja so. Ich muss so. Ich muss so. Okay. Okay. Oh. Nein. Nein. Ich habe es doch schon fast gehabt. so. Oh. Naja, knapp. Aber macht das was? Habe ich. Und nun? Passt das immer noch nicht. Och Leute, also ihr könnt ja auch ein bisschen übertreiben, oder? Ich finde, das sieht doch wunderbar aus. Oh, nein. Nein, 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 nein. Los. Ja, jetzt sieht das ja noch blöder aus. Kann ich das Ding einfach irgendwie schieben? Moment mal. Moment. Komm, wir schieben sich jetzt einfach in die Position. So. Also, wenn das mal kein Plan ist, dann weiß ich auch nicht. So. Oh mein Gott, ey. So. Das sieht doch wunderbar aus. So. Ja, ist jetzt die Frage, macht es euch jetzt dolle was aus, wenn ich das jetzt einfach nicht hinkriege? Ich versuche jetzt noch mal Part-Up. Ja, danke. Geldstrafe für beschädigte Fracht. 96 Euro Auftragsendgeld. 3.300. Ihr verdient 3.284. Na, wir waren doch gar nicht mal so schlecht hier. Auch wenn das jetzt am Ende ein bisschen geschummelt gewesen ist. Naja, ist jetzt die Frage, ob es euch jetzt so viel ausmacht, aber ich weiß halt auch wirklich nicht, was ich machen soll, dass das funktioniert. Aber ich möchte auch Tool 4 jetzt nicht unbedingt abbrechen, weil mir jetzt 15 Minuten fehlen. Versteht ihr? Wisst ihr, was ich meine? Ja, gut. Also ich fand, das Spiel hat ja wirklich Spaß gemacht. Ich sollte das öfter spielen, wenn ich euch irgendwelche Informationen geben möchte. Ich fand das super cool. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in irgendeinem Part wieder. Ich versuche, wie gesagt, weiterhin Part 8 irgendwie zu rendern. Ich habe ja das Video noch. Mal gucken, vielleicht klappt es ja irgendwie. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr wegschneiden oder so. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir werden es ja sehen. Ansonsten bleibt Part 8 erstmal im Platzhalter und ich spiele weiter. Und wenn das Spiel dann zu Ende sein sollte, könnte ich es ja vielleicht nochmal spielen und dann genau diese Stelle dann halt aufnehmen. Dann kennen wir zwar alles, aber ich weiß auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, was wir machen wollen. Und ja, wir schließen das Ganze mal. So. Yeah! Fahrzeuggramm 2x400. Oh ja, okay, ist okay. Nun sind sie bereit, auf eigene Faust durch Europa zu reisen, Güter zu transportieren und hoffentlich viel Geld zu verdienen. Ja, nee, aber nicht bei meinen Schäden, die ich hier veranstalte. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und bis dahin sage ich, bye! Bye!